Hallo Leute, heute ich vorstelle euch das Hälsas, die schönste und Ostenregion Frankreichs. Das Hälsas hat 1.884.150 für eine Bevölkerungsdichte von 228. Einwohner pro Quadratkilometer. Die Amtssprachen sind französisch, elsässisch und deutsch. Das Hälsas ist eine französische Region. Das Hälsas ist eine alte französische Region. Diese Region ist verteilt in zwei Departements. Das Hohrrhein im Süden und das Tiefrhein im Norden. Das Hälsas gehört in der großen Region Grand Est dazu. Diese Region gruppiert die ältere Region von das Hälsas, Lötringen und Champagnardenne. Das Wappen, das im ersten von Rot auf einen silbernen Balken dargestellt ist. Begleitet von mit Blumen derselben vierzehnten verzehrten Kotisses. Auf dem zweiten in Rot im Goldband. Begleitet von sechs Kronen desselben Satzes in den Bändern drei und drei. Dem unteren Tierjenigen invertiert.